Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Autoworlds. Ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen zu spät gekommen. Oh, du hast noch Zeug dabei. Sehr cool. Das hätte ich dann ganz gerne mal. Das ist jetzt ja auch nicht so verwunderlich, muss ich zugeben. Ah, okay. Können wir da, ne, wir können nicht mitreden. Ist ja auch keiner da. Gut, Terminals. Alle acht Varianten von Spectrum-Wodka, okay. Ähm, zwei von acht haben wir schon mal. Laboraufzeichnungen. Die Geltlinge verspottet mich hinter ihrem Glaskäfig. Das, ähm, der verdammte Teufelsding weigert sich zu funktionieren und ich kenne den genauen Grund. Ich bin es. Wieso bin ich nur so gebaut? Warum? Immer wenn ich nüchtern versucht habe, im Leben herumzufummeln, habe ich Teile abgebrochen oder Verbindungen versagten. Oder Teile ragt aus dem Gehäuse heraus und haben Kurzschlüssel und andere Komponenten verursacht. Äh, an anderen Komponenten verursacht. Die Kurzschlusskomponente, wer kennt sie nicht. Hm. Die Lösung war offensichtlich, mich vor der Arbeitszeit, vor jeder Arbeitszeit zumindest ein wenig zu betrinken. Ja, das stimmt. Das machst du eigentlich immer besser. Wenn ich entspannt bin, zittern meine Hände nicht und es fällt mir so viel leichter zu sehen, wo die Teile hinpassen oder wie ich bestimmte Verbindungen überbrücken kann. Das Problem, ähm, ist aber natürlich, dass ich dann auch wenig kreativ werde. Wie sollte eine Waffe auch auf rein mechanischer Basis funktionieren? Ähm, wieso würde man nicht erst sagen, äh, würde man nicht erst sagen, wenn mal eine, jede verfluchte Sorte Spectrum Vodka das Ding einsetzen müssen, bevor es das erste Mal feuert. Ich weiß nicht mal, ob es im Leben der Waffe liegt oder ob es eine Art Schloss ist, aber alles, ähm, sieht so aus, als ob sie feuern könnte, sollte. Und es einfach absolut nicht tut. Ich muss jede Sorte von Spectrum besorgen, einschließlich Black. Ich kann nur hoffen, dass das Lager vor kurzem eine ganze Palette des Spectrum Sortiments empfangen hat, sonst wird all diese Arbeit umsonst gewesen sein. Ich muss wirklich das dümmste Genie diesseits von Hälzchen sein. Gut. Äh, nicht alles vorhanden. Und dann kriegen wir diese Knarre, wenn es gut läuft. Das ist kaputt, war nicht hier noch irgendwas? Das ist kaputt, was ich? Das ist kaputt, was ich? Oh, woops, da ist es. Okay, das ist... Pfüff, das ist Dr. Blossom. Eridonium Jagassius Slug Research Report 1. Subjekt, ein paar Slugs. Ugh, diese Dinge kann wohl sein Rizzo's ticket zu den Toppen der Bord. Aber an der Ende der Zeit, sie immer noch wie mein Bruder würde, wenn er ever stopt war, wenn er das damn Taupe ist. Ich habe diese kleinen Bastards auf den Haaren unterscheiden von einem Teacup-Kanid. Much like my brother who works for the Wilderness Exploitation Reserve The Backstabber Suffice it to say that these things are parasites The canid didn't seem to mind, but it's almost as stupid as my research staff Good stuff Oh, whoops Got some spectrum on the dissection subject That's fine Yeah, I think I see a couple sacks in the worm Might secret enzymes or poison or something We'll figure it out later Starting to see doubles So I'm going to switch to working on the Gatling Almost got the spectrum lock done Okay Sind wir schon mal, ähm So, ich glaube, gilt das, was wir im Inventar haben eigentlich Da, da, da Red, orange, yellow Red and orange, amber Green, blue, indigo, verbal Okay Die Verkäuferin mal noch fragen Okay Dateien Gelöscht Ergebt, äh, Experimente Mit dem Parasiten Eradium Gigasius Läufig als Schnecke bezeichnet Haben erstaunliche Resultate hervorgebracht Selbst im Vergleich zu unseren vielversprechendsten Methoden zur Herstellung einer chemischen Abhängigkeit des Gehirts Produzieren die von Eradium Gigasius abgesonderten Pheromone Dopamin effizienter als alles, was wir bisher kennen In weiteren Tests werden wir erforschen, wie viel der Verbindung wir den Testsubjekten verabreichen können, um die Effekte zu beobachten Trotz unserer nicht gerade als ideal zu bezeichnenden Präsentation vor der Verwaltung beeindruckte das Produkt vor allem aus zwei Gründen Wie bereits erwähnt, ruft dieses Produkt wie kein anderes einen feuchtfröhlichen Wohlfühlstimulus hervor Aber noch wichtiger ist, dass die Zusammensetzung des Pheromons völlig einzigartig ist Das heißt, es gibt keine Vorschriften für seine Klassifizierung Die Vorstellung, ein vollständig süchtendig machen, das Produkt produzieren zu können, das keinerlei Gesetzesregulation unterliegt Rechtfertigt sicherlich alle Mittel So Entschuldigung für die späte Benachrichtigung, aber Miss Bellamy hat um eine Führung durch die Anlage gebeten, während sie Eridianus als Hälzchen Hellen besucht Bitte bereite alles für ihre Ankunft am Morgen vor Tja, Leora, du hast es mal wieder geschafft Letzte Nacht hast du endlich eine Flasche Spectrum Black Ganz hinten auf einem stäubigen Regal im Lagerhaus gefunden Ja Du warst so viel näher dran, die Spectrum Gatling endlich zum Funktionieren zu bringen Was dann passiert Du hast es den ganzen Weg bis zum Wasserturm geschafft, als du mitten an der Gruppe von Troglux gerannt bist Die sich bereits mit Früchten der vergorenen Sorte die Zeit vertrieben hatten Und jetzt ein schlimmer Film bis später Das Ergebnis, du bist über und über mit Troglux kutze bedeckt und hast keinen Spectrum Black mehr Reißt dich zusammen Alles klar, wahrscheinlich daneben bei dem Wasserturm Was im Namen des gesegneten Unternehmensgesetzes soll all der Aufruhr da unten Meines Wissens nach war die Destillerie-Abmischung der Raketen-Treibstoff-Kombination für eine andere Woche geplant Könnte mich bitte jemand darüber in Kenntnis setzen, was all dieser Alarm soll Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch schon Kommt mir auf jeden Fall teilweise bekannt vor Die Mission nehme ich auf jeden Fall noch gerne mit Ich glaube, dann Würde ich tatsächlich gleich mal Ja, ich glaube, ich würde erst mal gucken, dass die ganzen Spectrum, also die Wodka-Dinger zusammenkriegt So, die zerlegen wir direkt mal Wir brauchen jetzt hier langsam wieder Waffenteile So, und ich wechsle mal kurz auf den Nebenauftrag hier Mal schauen, was das nämlich jetzt wird Waffel könnte man da Nero oder so geben Okay Okay Mal gucken, ob wir da auf die Viecher treffen. Na ja, gucken wir da mal. Okay, ich befürchte, wir müssen uns da erstmal drüber kümmern. In Ordnung. Here we go! No! 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 She hit me! No! In the event you become trapped in a space with one or more Waspito. Try standing still. John Kiddich, you die long before a Waspito grew tired of stinging you. Okay. Ich glaube, das werde ich mit dir ganz gut beginnen. Here is a little trick I learned in prison. Hey Muni, haben wir mehr als genug? Felix geht aber nicht mehr gut, sehe ich gerade. Wir haben es glaube ich gleich, ne? Die haben doch ordentlich gelitten hier. Waspito stinging have been known to cause auditory confusion before death. So, if you cannot understand this message, that may be why. Okay. Könnt ihr hier nochmal ein bisschen holen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Ärger kriegen, weil wir die Viecher kaputt geschossen haben. Dann müssen wir sie ja irgendwie verteidigen. Stimmt, die Waffen gehen ja davon kaputt. Vielleicht ist das dann doch gar nicht mal so sinnvoll. Aber gut, so weit ist es nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir da noch einen Schwarm vor uns. Wollt ihr euch mal wiederbeleben oder so? Aber wir sind jetzt aus dem Kampf raus. Es leben zwar noch Viecher. Ich habe keine Ahnung, was diese sind. Ich habe keine Ahnung, was diese sind. Ich habe keine Ahnung, was diese sind. Ich meine, ich finde es ja schön, dass ihr von den Gegnern hier ein paar ausschaltet. Alles klar. Vier. Vielleicht außerhalb. Dann stellen wir das erstmal ab. Einmal abbrechen. Letzte Aktivitäten. Okay. Legen wir jetzt zwei Wochen zurück und werden den zufolge löscht. Nachrichten. Dann wäre es vermutlich damit zu... Ja, okay. Alles klar. Da wissen wir mal, wo es herkommt. Das ist wohl auch nicht so gut gelaufen. Das ist wohl auch nicht so gut gelaufen. So. Das kriegt man nämlich gerade nicht auf. Ich glaube auch selbst mit Boosts nicht. Jetzt mal hier analysieren oder so. Ja. 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 Das ist... Das Multifunktionswerkzeug wäre überall anders. Völlig unauffällig. Aber gerade hier kommt es mit dem merkwürdig vor. Okay. Einmal Gehäuse untersuchen. Das Gehäuse ist vernarbt und sagt kratzt, deutliche Spuren von Abnutzung aus. Dann bemerkst du eine 2,5 cm lange Stahlpalatte, die an der Seite des Geräts genagelt wurde. Hm. Lösen wir mal. Die Nägel sind nicht so gut fixiert, wie sie scheinen. Und es dir leicht ist, sie weiter zu lockern. Als du die Platte von dem Gerät löst, erkennst du, dass sie ein Slug-Logo verborgen hat. Das Gehäuse ist mit 99% Plastik, 0.5% Stahl und 0.5% Karbonate-Szuckerbeverage. Trace Amounts von Kerosene, Alkohol, Hydrazene und Liquid Hydrogen auch geteckt. Hm. Okay. Dieses spezifische Gemisch an Chemikalien sagt dir nicht besonders viel. Du weißt nur, dass nichts davon in der Nähe der Obstgärten was zu suchen hat. Wer immer dieses Werkzeug besessen hat, es stammt nicht von hier. Was haben wir gefunden? Ja, es befinden sich Spuren fremder Substanzen auf dem Werkzeug. Es stammt zumindest nicht aus den Obstgärten. Dann haben wir einen neuen Lied, so wie es war. Doch vermutlich ein flimsyer. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die Person, die die Westpücken freigelassen hat, für Slug gearbeitet hat. Oder vielleicht waren sie zu jemandem, der ein Slug-Employer war. Okay. Soviel dazu. Eure Mutti nehme ich nochmal mit. Das hat ja doch ein bisschen was gekostet hier. Das hat ja doch ein bisschen was hier. Hm. Hm. Passt schon. So, dann jetzt noch mal zurück. Nehmen wir die Quest wechseln und dann können wir jetzt hoffentlich mal problemlos mit der Angestellten hier reden. Ist nachgeladen. Fast. Ja, du scheinst wieder ein bisschen beruhigter zu sein. Sehr schön. Irgendwas wollte ich... Achso, die Quest wechseln. Okay, hast du Spectrum aus der Lieferung des Lagerhauses verkauft? Wow, what a strange question. I'm much too delighted to be suspicious. I sold lower level Spectrums to workers from RR&DD Labs, Hive Control and the Conservatory. Jacob's predecessor also splurged briefly on a bottle beyond his pay grade and Black Hole Birdie bought my most expensive Spectrum when he visited. I wish he'd bought more. Oh, if you're looking for your own Spectrum, remember that you can always buy from the Nuthut or the Grand Colonial Bar, so long as you have the bits to back up your taste. Na gut, dann schauen wir doch mal. So, Rum, Vodka, Red. Red habe ich ja glaube ich schon, ne? Jo. Geldmäßig, ja, einigermaßen. Werden wir mal gerade ein bisschen shortlos. Und gehen nur runter im Spektrum, Vodka sammeln, wie es aussieht. Ähm, lohnt sich ja eine Schnellreise. Ach ne, komm, wir laufen das ab. Das sollte jetzt ja einigermaßen passen. War hier eigentlich ein Hintereingang? Nö. Green? Okay, freut mich ja, dass du noch Spaß hast bei der ganzen Sache. Das mit dem Wachmann könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann angehen. Ah, hier waren wir auch noch. Okay. 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 Das ist das Purpleberry Puzzle Hedges. Trademark. Grown on top of Industrial Sludge Pit 27C, these unusually tall Purpleberry trees have grown lush, luxuriant foliage and are literally bursting with extra-specially piquant Purpleberries. As you wander through our winding maze, feel free to try a fresh Purpleberry right from a branch. Maybe you'll discover our next new flavor. Limit one berry per customer. Do not try any Purpleberries outside of the Puzzle Hedges. Some visitors have speculated as to the presence of a treasure at the end of the maze. While Rizzo's has placed nothing like this in the Puzzle Hedges, we still encourage you to explore to your heart's content. Should you experience dizziness, faintness or simply get lost among the hedgerows during your exploration, please do not try to contact Rizzo's personnel. Simply shelter in place and rescue will arrive within 72 hours, guaranteed, accepting unplanned shutdowns and any other times deemed inconvenient by management. Okay, gut, da kann ja nichts mehr passieren. Right? Before you get him spread. I've already told you six times and I'll tell you six more. I don't want a fucking tour. You can badger me all you want. I don't care if I'm from Forest Mills. I'm here as an individual and I have just as much right to be here as any other visitor. You're welcome to bring a lawyer if you really want to try to force me out. But I can guarantee you that I will bury them. Pass auf, wie du mit mir sprichst. Genau, du schreist es zu mir, beginnt meine Pistolen anzuzucken. Lars alive? Rizzo's has finally sent their strong armors, I see. Wait a moment. You have all your teeth. You're not soaked in filth and you don't look quite as slack-jawed as the regular Rizzo's staff. Are you not with Rizzo's? Na doch, Rizzo's hat mich angehört, um den Störenfriede vom Hals zu schaffen. Meinst du, du kannst es überbieten? Bah, I've lived in Byzantium long enough to read between your words. Here's your filthy money. Since you're already here, perhaps I can sweeten the pot even further. Regardless, please inform me if you'd be interested in a job. I've spent enough time out here that I'm starting to itch. I do not enjoy itching. I'm sure you have questions. Auf jeden Fall. Du meintest, du seist ein Anwalt. Was tust du hier draußen? When the going gets tough, the lawyers start going. Some farther than others. I've been a junior lawyer for coming up on 20 years now. And quite frankly, I'm getting old. Hopefully there will be enough legal kindling out here to fuel my firm for a while longer. And if I find that kindling, I stand to finally get my raise. Du sagst, du arbeitest für Forrest Mills? I do indeed. Specifically, I'm their general counsel. Forrest Mills, if you somehow don't know, owns Tile, Wentworth, Dockrockets and 24-7-Furniture were something of a big deal. Du sprachst von deiner Zusammenarbeit. I did. You see, Rizzo's has been advertising a contest in the Puzzle-Hedges. Whoever gets to the center first gets a bottle of the first Spectrum ever made. The Spectrum Original. My interest, however, lies with the associated promise. The chance to attend the Spectrum Brown unveiling. and meet Halcyon Helen. Das wird, ähm, schwierig werden. Hm. Du musst nicht in großer Heldenfällen sein, was? No, actually, I found Helen more inclined to chew the scenery than most woolly cows. But her facet of the contest is what interests me most, because, with her dead, this entire contest is a fraud. Rizzo's, you see, can no longer make good on their promise for people to meet Helen. However, the contest has not yet been cancelled, which means that I can bring them to court. With the Spectrum Original bottle, which is located in the center of the puzzle hedges, I will have all I need to sue Rizzo's for all their worth. That's where you come in. Okay. Is there anyone of the Spectrum Original abgesehen? Two buffoons, but persistent buffoons. There's that woman from glacial age, who has perhaps never had an original idea in her life and hopes to pass the original off as her own. Then there's Navarre, who is strange. I suggested I give her the original after my lawsuit, if we work together. But she won't hear of it. It must be hers alone, it seems. Ich bin nicht sicher, wozu du meine Hilfe brauchst. Das ist doch nur ein Irrgarten, oder? Navigating the maze is normally no easy task. Rizzo's has no interest in giving their property, however old, away for free. No easy task, huh? We'll just see about that. I'm glad you're feeling confident, but this maze is deadly by design. And if that weren't enough, Zimmerman and Navarre don't want anyone sneaking away with their prize. The place is mined and rife with murderous mechanicals. Warum möchte Forest Mills Rizzo's verklagen? Technically I sue not on behalf of Forest Mills, but for my own benefit. In arbitration it might be difficult to argue that this contest is designed to slight forest mills. However, as it so happens, if my lawsuit takes a chunk out of their savings, then I can collect while also damaging their capital. It's a mutual win. I make millions, Rizzo's falls further from the board's good graces and Forest Mills' products look that much more valuable compared to Rizzo's trash. Warum sollte Rizzo's eines ihrer Originalprodukte gratis herausgeben? I don't know if you know this, but Rizzo's is on the outs. They're losing power and losing money. This was no doubt a desperate bid to regain some lost clout. That or their marketing team is particularly spiteful. You know the saying, I'm sure. Why work for a promotion when Sabotage takes half the time and a quarter of the effort? Na gut, ich schaff dir deinen Preis. Excellent. I look forward to finally being able to focus solely on legal matters. Oh, and keep an eye out for competitors. Odds are they'll be looking out for the original as well. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. I keep quiet. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.